Hallo bei Selbstorientiert! Machst du demnächst dein Abitur? Willst dich jetzt optimal auf dieses Abitur vorbereiten? Dann haben wir für dich die optimalen Lernhilfen für dein Abitur jetzt in der Videobeschreibung verlinkt von uns für euch. Das folgende Video ist für euch ein Zusammenschnitt aus dem Wichtigsten, was für euch relevant ist, nachdem ihr auf dieses Video geklickt habt. Dabei ist das gesamte Video jetzt in der Infokarte verlinkt und folgt auch nachdem ihr den Ausschnitt aus diesem Video gesehen habt. Viel Spaß beim Video! Kommen wir dann zum Piezo-Kanal. Das ist der zweite Teil des Videos. Hier ist es so, dass die Zugspannung zur Öffnung der Pore führt. Das heißt, nachdem Piezo-Kanäle geöffnet werden, beziehungsweise die werden geöffnet durch die Zugspannung und die Öffnung wird bereits durch geringe Berührungsreize ausgelöst. Das heißt, nachdem die Zugspannung erfolgt, die Pore sich dann öffnet, das Ganze wird häufig schon durch geringe Berührungsreize ausgelöst. Das ist also ganz wichtig, um den Piezo-Kanal überhaupt einschätzen zu können. Und dann unterscheiden wir zwischen zwei grundlegenden Typen, nämlich dem Piezo-1- und dem Piezo-2-Kanal. Beim Piezo-1-Kanal ist es so, dass er strömendes Blut wahrnimmt und an der Ausbildung von Blutgefäßen beteiligt ist. Bei Piezo-2 hingegen ist es so, dass diese auf mechanische Reize mit Signalen reagiert und diese an das Gehirn nach Dehnung der umgebenden Zellmembran sich darauf entsprechend anpassen kann. Also die Reaktion auf mechanische Reize mit Signalen an das Gehirn nach der Dehnung der umgebenden Zellmembran. Also dafür ist der zweite Typ der Piezo-Kanäle verantwortlich. Und hier ist es so, dass bei einem Membranpotenzial von ungefähr 60 MV wir ungefähr 95% der Kanäle sogar geschlossen haben. Das ist ein großer Unterschied zu den anderen Kanälen, die ihr schon kennenlernen durftet. Da haben wir euch das hohe Potenzial ja dann immer dazu gesagt, beziehungsweise das Potenzial, Membranpotenzial immer dazu gesagt. Bei 60 MV sind die meisten Kanäle meistens nicht geschlossen. Hier in diesem Fall sind sogar noch 95% geschlossen. Und eine Mutation führt zur fehlenden Wahrnehmung von mechanischem Schmerz. Das ist ganz logisch. Dadurch, dass er auf mechanische Reize reagiert, ist es natürlich klar, dass mechanischer Reiz dann nicht mehr erkannt werden kann. Oder zu Social Touch, also der langfristigen Deformation und Kontrakturen. Auch das ist im Wesentlichen mit einer Deformation der Piezo-1-Kanäle zu erklären, da hier ja die Ausbildung von Blutgefäßen stattfindet, beziehungsweise diese an der Ausbildung der Blutgefäße maßgeblich beteiligt sind. Also das sind die wesentlichen Informationen, die für den Piezo-Kanal relevant sind. Und damit ist jetzt das Video eigentlich vorbei. Wir haben für euch jetzt die wichtigsten Informationen rund um das Thema zusammengefasst. Aber wir möchten euch nochmal ein wichtiges Video an dieses Video anhängen, damit ihr nochmal eine Gesamteinordnung in das Thema bekommt. Das heißt, für euch folgt jetzt nochmal ein inhaltlich relevantes Thema. Falls ihr daran auch interessiert seid, bleibt einfach dran. Und dann könnt ihr euch auch ein bisschen weiterbilden. Viel Spaß mit dem Video. Kommen wir als erstes zu dem Calcium-Kanal. Generell sind Calcium-Kanäle letztendlich Ionen-Kanäle in der Zellmembran, die eine spezifische Durchlässigkeit für Calcium-Ionen besitzen. Dementsprechend haben wir hier natürlich ganz grundlegend Calcium-Kanäle, die ausschließlich selektiv für Calcium-Ionen sind. Das ist aber entsprechend des Namens natürlich, glaube ich, schon sehr einleuchtend. Sie regulieren damit den Einsturm von Calcium-Ionen aus dem Extrazellulärraum und das Ganze wird dann in den Intrazellulärraum logischerweise stattfinden. Die Calcium-Konzentration im Extrazellulärraum ist meist mehrere tausendfache höher als im Intrazellulärraum. Dementsprechend haben wir da einen enormen Unterschied, weswegen diese Calcium-Kanäle auch eine entsprechende Notwendigkeit haben. Dementsprechend ist es so, dass wir hier nach der Öffnung einen Einstrom in Richtung des Konzentrationsgefälles haben und wir dementsprechend auch einen passiven Transport haben. Der passive Transport erfolgt dann logischerweise entlang des Konzentrationsgradienten von der Extrazellulärmatrix, wo wir ja das tausendfache an Volumen bzw. an Calcium-Ionen haben, in die Intrazellulärmatrix entsprechend entlang des Konzentrationsgradienten, womit sich das Ganze auch unterscheidet zu den anderen Kanälen, die wir hier einmal vorliegen haben. Der aktive Transport findet via Calcium-ATP-Asen statt oder auch Antiporter und dafür werden zum Beispiel NOX-NCX genutzt, also Natrium-Kalcium-Austauscher. Bitte entschuldigt, hier haben wir NOX geschrieben, in der Regel schreibt man NCX, aber nur damit ihr das auf jeden Fall wisst. Der Transport findet dann dementsprechend in die Gegenrichtung statt und dementsprechend haben wir dann einen aktiven, energieverbrauchenden Calcium-Transport und dieser wird entsprechend nicht durch Calcium-Kanäle stattfinden, sondern ausschließlich durch Calcium-ATP-Asen oder Antiporter, wie entsprechend NCX, was wir ja gerade schon angesprochen haben. Die Öffnung ist durch Depolarisation entsprechend möglich und bei hohem Potenzial ist das Ganze geschlossen. Wir haben hier ganz verschiedene Untereinheiten. Die wichtigen Untereinheiten sind einmal die Alpha-1, Alpha-2 und Beta sowie auch Gamma-Unter-Einheit, in die man den Calcium-Kanal unterscheiden kann und dann hat man noch verschiedene Typen von spannungsaktiven Calcium-Kanälen. Einerseits haben wir den L-Typ-Calcium-Kanal, das heißt, hier ist es ein Ionen-Kanal, der sich insbesondere in Muskelzellen und Kardiomyozyten befindet. Wichtig ist R, hier wichtig, dass ein lang anhaltender Ionen-Strom durch diesen erzeugt wird. Long-lasting, dementsprechend L-Typ, so kann man sich das Ganze erklären und R ist entsprechend dann auch für die elektromechanische Kopplung vorhanden. Der P-Typ findet sich entsprechend des Namens insbesondere in den Purkinizellen wieder. Das heißt, hier ist das Ganze insbesondere in den Neuron-Typen der Kleinhirnrinde vorhanden. Und da ist es so, dass wir hier den zweiten Typ haben. Bei dem N-Typ haben wir ganz klassisch hier entsprechend den Neuralen-Typ der Calcium-Kanäle und beim T-Typ haben wir den T-Typ-Kanal, der entsprechend für Transistenz steht und dementsprechend insbesondere zur spontanen Depolarisation in den Schrittmacherzellen des Sinuskornnotens aktiv wird und damit auch eine besondere Bedeutung hat bei der Regulierung und der Aktivierung unseres Körpers. Und damit soll es auch schon gewesen sein von unserem Video. Wir fassen euch das Wichtigste nochmal zusammen. Der Calcium-Kanal aktiviert letztendlich einen passiven Transport, sobald er geöffnet ist, denn wir haben eine vielfach höhere Konzentration von Calcium-Ionen in der EZM als in der Intrazellulärmatrix und nur wenn von der Intrazellulärmatrix etwas in die Extrazellulärmatrix gelangen soll, dann nutzen wir den aktiven Transport. Der findet dann via Calcium-Atipasen oder Antiporter statt, zum Beispiel NCX und generell sind beim Calcium-Kanal vier Untereinheiten, nämlich Alpha-1, Alpha-2 und Beta sowie Gamma-Untereinheit vorzufinden und die vier wichtigsten Typen sind der L, P, N und T-Typ. Beim Piezo-Kanal ist es interessant, dass eine Zugspannung zur Öffnung der Pore führt. Meistens reicht dafür schon ein geringfügiger Berührungsreiz und dann gibt es zwei wesentliche Piezo-Kanale. Einmal den ersten, der strömendes Blut wahrnimmt und an der Ausbildung von neuen Blutgefäßen beteiligt ist und Piezo-2, der auf mechanische Reize reagiert, mit Signalen an das Gehirn dann das Ganze weitergibt. Und dementsprechend haben wir hier häufig, dass die Mutation zur fehlenden Wahrnehmung von mechanischem Schmerz oder Social Touch führt. Und damit soll es das auch schon von diesem Video gewesen sein. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und würden uns riesig freuen, wenn ihr unserem Kanal ein Abo dalasst. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch mit einem Like unterstützen und ansonsten schreibt gerne einen Kommentar, falls ihr noch weitere Videos haben wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder. Schaut gerne nochmal in die Videobeschreibung, falls ihr irgendwelche Lehrbücher für die Physiologie braucht. Die sind jetzt, wie gesagt, für euch verlinkt. Und dann soll es das gewesen sein. Haut rein und... Schaut gerne in die Videobeschreibung... Vielen Dank.